Das Stipendium Das Stipendienprogramm feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Die Uni Leipzig ist inzwischen auch schon seit neun Jahren dabei. An der Uni Leipzig konnten schon 788 Deutschlandstipendien vergeben werden. Im nun schon zu Ende gehenden akademischen Jahr 2021 erhalten 109 begabte und engagierte Studierende ein Deutschlandstipendium hier an unserer Universität. Und unsere aktuell 88 Förderinnen und Förderer haben das ermöglicht. All Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Musik 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 Vielen Dank.